Hallo Leute und Willkommen zurück zu den Warten für die Let's Play Beamman G-Drive. Hier haben wir heute mal wieder eine Wärme. Und zwar haben wir die 1973er Ford Falcon XB hier in der GT351 Variante. Liegen natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, ein schickes Muscle Car aus den 70er Ford Falcon, also australisch müsste das sein. Ja, rechts haben wir unser schönes Lenkrad. Oh, und wir hören schon den Sound. Ui, das hört sich schon mal gut an. Blubbert schon mal schön. Ich weiß nicht, ob ihr es gut hören könnt, das ist für mich auch relativ leiser. Eigentlich ist die Mod aus Rigs of Rots, also aus dem Vorgänger von B&G, wurde jetzt rübergeportet und ein bisschen verbessert. Wir haben einige Varianten, ich glaube 6 oder 7, haben wir zur Verfügung. Ich zeige euch die einmal kurz. So, Ford Falcon XB, wir haben Inline 6, Automatik, Manuell, V8, Automatik, Manuell. Das ist das Sportpaket, das wir jetzt haben, GT351, dann haben wir 302 und eine Race-Variante. Dann wollen wir erstmal hier mit der Variante anfangen. Einmal würde ich den kurz revven. Joa, fühlt sich im Eidl ein bisschen besser an der Regal. So, und das erste, was wir machen, Klatschkicken und ein paar Burnouts und Donuts machen, oder? Das ist so weit man den Wagen ein. Vielleicht nicht direkt, wenn man den vom Händler bekommt, sollte man vielleicht erstmal kurz warten, bis man die Einfahrmeilen gemacht hat, ein paar Kilometer. Aber, das ist schon mal ein schöner Burnout. Und ich würde gerne noch die eine UI-Arbeit machen. So, und ja, jedes Film war crashen. Übrigens, für alle, die drauf gewartet haben, die Review vom Suzuki Ignis ist jetzt oben. Sie ist auf dem Kanal. Ähm, einfach auf dem Kanal, jene, findet ihr sie. Dadurch, dass sie ein bisschen älter ist, habe ich gemerkt, die hat ein ganz anderes Qualitätslevel als die neueren Reviews. Also, seid darauf eingestellt. Wenn das die erste, guckt die nicht als erste Review von mir an. Wenn ihr eine normale Review von mir seht, guckt die vom Kurs an, sondern nächste Woche vom Nissan Leaf. Aber für alle, die darauf gewartet haben, Suzuki Ignis Review ist auf keinen Fall. So, wir sehen schon mal einen sehr krassen Crash. Und crashen tut er anscheinend ziemlich gut. Und fahren wird er sich, denke ich, auch ganz gut können. Da natürlich, ah, schön Heck raus. Ja. 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 Wisst ihr übrigens, was belastend ist? Es gibt gerade von Cadillac und Chevy. Kriegen wir ihn? Kriegen wir ihn? Nee. Uuh. Cadillac und Chevy. Also, Chevy, effektiv. Bieten nächsten Monat in und, äh, also in mehreren Städten Deutschlands so Testfahrten an, die man einfach machen kann. Man kann einfach ein paar Stunden mit dem Wagen verbringen. Und einfach mal das, kriegt man die Lieferten und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das erst ab 25 Jahren. Und bei 19 bin ich noch nicht ganz 25. So. Bisschen belastend. Naja. Muss ich halt eben groß genug werden mit den Reviews, dass ich die fahren darf. Guckt meine Reviews, Leute. Los, wir wollen die coolen Autos kriegen. Aber nicht die Ignis Review als erste gucken. Guckt euch die vom Corsa an oder nicht so auch die vom Leaf. Okay. Jedenfalls. Wir wollen uns mal auf den Wagen hier konzentrieren. Ich liebe schon mal, wie er sich fährt. Ich liebe, wie er crasht. Ich liebe, wie er aussieht. Schon mal eine supergute Mod. Also auf jeden Fall downloaden. Und ich hatte die auch schon damals in Reeks of Rods. Aber das ist, dass ich das Spiel gespielt habe, ist... Uh. Wie lange ist... Beemanji ist jetzt sechs Jahre alt? Sieben Jahre? Fünf Jahre alt? Fünf Jahre alt, ne? Beemanji ist fünf Jahre alt, meine ich. Ist Beemanji fünf Jahre alt? 2.13, oder? Ich glaube, 2.13. Oh, das wird immer unangenehmer. Ja. Also es ist gut, dass es sechs Jahre her, dass ich Reeks of Rods gespielt habe. Ouch. Aber Zeit vergeht wie im Flug. Wo man so denkt, ach, das war doch erst vor zwei Wochen. Ist jetzt schon ein halbes Jahr her und so weiter und so weiter. Man kennt's. Man wird alt. Morgen Rente beantragen. Gleich danach auch noch schön ins Altenheim. Ich meine, ich bin schon 19. Da ist die Gehhilfe nicht mehr fern. Nicht mehr weit. Ihr guckt, ich kann schon nicht mehr mehr reden. Wobei, das konnte ich wirklich nie. So. Oh, die Drifts sind schön. Oh, das war aber... Au. 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 Das war einmal ein bisschen zu früh eingedenkt. Wollen wir mal eine andere Variante testen? Ford Falcon. Nehmen wir die 302 Special. Was haben wir denn hier? Da-da-da-da-da. John Goss Special. 1975. Nach dem Rennwagenfahrer, der den Falcon beim... Ja, irgendwo so. Also. Bloodthirst. Rennen. Also mal Panorama. Ja, 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 ja. Road-Op. Okay, also es ist jetzt, ähm... Wenn ich's jetzt richtig gesehen hab, jetzt nix anderes. Wobei, 302. Da dürfte dann ein... Small Block drin sein. Also, Small Block. In Anführungszeichen. Für europäische Standards immer noch... Nicht so small. So. Beziehungsweise, das hat was ganz... Ja, ich hab den Denkfehler gerade selber bemerkt. Danke, ihr müsst es nicht in die Kommentare schreiben. So. Okay. Also wir haben hier einen anderen Motor drin und wir sehen so ein bisschen flippiger aus. So ein passend 70er-mäßig. Oh, das wird ein miserabwöser Crash hier. Oh, guckt euch den Crash. Der wird schlimm. Alles zur Seite getwistet und weggezogen und gerammt und... Immerhin nicht die Fahrerseite. Das ist... Der Silberstreif am Horizont. Ich liebe, wie viele Burnouts das Ding macht. So, wenn wir jetzt hier nach links rausdrehen, die Burnouts. Und weiterfahren. Oh, da hab ich kurz jetzt nicht gesehen. Weiter, weiter. Uh, das war ein kleiner Tab da vorne. Massige Burnouts immer noch. Immer noch am Burnout machen. Immer noch am Burnout machen. Und mal das Eis grüßen. Nur ganz kurz. So. Und... Einmal hier noch. Links drunter. Das Crash war nämlich. Der Crash war selten rein. So. Und einfach gestoppt. Hört sich ja schon gut an. Der Idle ist schon gut. Der Idle ist schon echt gut. So, wir haben aber auch noch eine Rennvariante. Aber die nehmen wir gleich. Haha. Wollen erstmal die Inline-Sticks-Variante einmal ausprobieren. Natürlich mit der manuellen Schaltung, nicht mit der Automatik. So. Wow. Ich kann außerordentlich gut fahren. Wie ihr seht. Hört sich schrecklich an. Hat nicht mehr genug Power an Burnout zu machen. Okay. Also, dass das nicht so wie der Fort Falcon von Gott gewollt wurde. Aber den gibt es dennoch. Für alle Leute, die es sich nicht im Weh-Heat leisten konnten. Oder nicht das Benzin-Los-Game hat. Wobei der Idle-Sticks damals, äh, der Inline-Sticks damals hat auch nicht viel verbraucht. Mit heutigen Standards. Also, ähm. Naja. Oh, das wird ein interessanter Crash. Ein Überschlag hinterher. Perfekt. Genau, das wollte ich. Schöner Überschlag hier in Slow-Motion. Und ganz schön eingedellt und zerstört der Wagen. So, jetzt kommen wir zur Race-Variante. Euer Warten hat sich gelohnt. Super Charger. Also, wir haben Slicks. Und einen wunderschönen Kompressor oben drauf. Dürfen Slicks ändern. Sagt Race Tires. Ein bisschen dunkel. Ich nehme mal an, das sind Slicks. Ja, das sind Slicks. Einmal den Super Charger. So. Also, ich mache mal einen riesen Burnout. Wann mache ich los? Einmal mal starten. Ich werde ihn nicht hochdrehen, dafür einfach, damit wir möglichst viel Grip am Anfang haben. So. 140 Kammer ist schon ziemlich schnell. Wann sind wir noch nicht lang. Ah, wir haben keine ABS. Da hätte ich dran denken müssen. Uh, 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 uh. Die sind wir noch nie lang gefahren, oder? Wir sind den kurz noch nicht gefahren. So, einmal hier offroden, weil genau dafür ist der Wagen gemacht worden. Ah, einmal hier durch. Ja, entschuldigt mich. Und drehen lassen und gegenlenken. Ja, zu spät. Wieder ein bisschen zu spät. So, okay. Und jetzt wollen wir mal, ähm, hier durch. Ah, okay. Also wir sind durchgekommen, aber nicht ganz so, äh, einwandfrei, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Ah, das Ding hat schön FPS. Wunderschönes Heck raus die ganze Zeit. Das mag ich. Uff. Au. Geht noch. Wir können noch weiterfahren. Komm. Gas geben. Ich will mal einen Highspeed-Test noch machen. einen Top-Speed-Test. Müssen wir ihn aber erstmal nach hinten bringen. Okay, es wird nicht gerade leicht, den Wagen zu kontrollieren. Und. Aufschlag. Jetzt lassen wir noch kurz rollen. Okay, negativ. Geht nicht. Okay. Reloaden wir ihn mal hier. Schön Stoppy schon fast gemacht. Dann haben wir natürlich die Heckräder hochgehoben. So, und hochschalten. Danke. Hochschalten. Okay, ist sehr knapp mit der Wand. Mal sehen. Wir werden nicht auf Top-Speed kommen auf jeden Fall. Mal sehen, wie hoch wir kommen. 200 haben wir schon mal. 220. Jetzt kommen wir auf 253, sag ich mal. Ne, nicht mal. Oder? Na? Komm. Noch drei Kammer? Vier Kammer. Ich kann gut rechnen. Komm, wenn wir jetzt noch ein Kammer haben. Dann bin ich näher dran. Ah ja. Ein Kammer. Zwei Kammer hatte ich mich verschätzt. Und von dem Wagen ist nichts mehr übrig. Also es wäre egal gewesen, ob ich mich verschätzt hätte, wenn ich da drin gesessen hätte. Was nicht egal ist, ist, ob ihr wollt, dass wir in der nächsten Folge mal coole neue Automation-Mods ausprobieren. Denn wir haben da drei neue, beziehungsweise einen besonders coolen neuen, die ich irgendwie gerade nicht finde. Nehmt, wo ich sie runtergeladen habe. Ja, gut. Okay. Ignorieren wir das. Wie gesagt, irgendeines Review auf dem Channel. Falls ihr die anderen Reviews schon kennt, dann guckt euch die an. Falls ihr die anderen Reviews nicht kennt, dann guckt euch die Corsa-Review an, auch auf dem Channel. Und ich bedanke mich, bei euch was zu schauen. Ich hoffe, es kann euch das nächste Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.